storage great ok keine ahnung was das ist oh mein gott haben keine chests wir können nicht herstellen jetzt machen nein das geht nicht so ist mal ein riesen chest einfach nur was mal anführungszeichen ok videos soll stehen ist einfach noch hochkosten es ist nur hochkosten oh mein gott ist irgendwie entspannt ich warum hat das ding nicht so viele mords dass man halt irgendwelche was wollte küsse ach du scheiße okay von antonik wie konstruktor war hat das modpack eigentlich so viele mords mit irgendwelchen storage stehen wenn man ein e-system braucht man das sowieso nie wieder benutzen was habe ich jetzt gesagt was vor dem atomik hat man vielleicht nicht so viele disketten kraften also ist dieser atomic reconstructor das ist ja nix der sehr nix ist haben wir nicht haben kein weg fahrt ist ja nicht oder was ja das schmeißt du mit filter weg das löschen so iron casing atomkonstruktor ok ich kann nicht mehr ist mir so einfach da hebel kohle kann ich das jetzt hier hinwerfen ja damit werden diesen christus hergestellt und alle maschinen einfach irgendwie keine ahnung jetzt auch wieder ausstellen ok er wollte küsse blog kann ich mal kurz meine freude mit golden cross zu arbeiten immer doch da nächste quest aber wahrscheinlich wird als nächstes big sein oder aber die ist ein latsch ist natürlich nicht schlecht da wird was empfohlen wollte küsse wie stelle ich dich her auch digga pass auf ich brauche ein mv am goldie so schwer ist das gar nicht der aus brauche ich da ich brauche irgendeine batterie scheiße ich brauche mich die sterne da ich brauche wir heißen casing du musst sogar mehr davon herstellen glaube ich weil du musst die eine zeige mitte und dann vier ringsherum dass ein blog der in der mitte ist ich glaube display stand kommt in die display ist denn brauchst du bist vier stück davon okay wo jedes andere seite kommt und dann braucht man auch in einem augen oh mein gott und ich freut sich die wolke was weiß was weiß nicht christ ist einfach durch den atomic rekonstrukte herstellen kann mit redstone danke ich finde es lustig wir wollen ordentlich bauen wie durch display stand herstellen etic quarts ich brauche muss quarts durchdingsen und schüssel quarts für epic green block advanced coil krise hirn griech hirn auch nicht nur heute alles gut okay ich kann wie viel display dings gedöns braucht ich brauche jetzt nur noch eins nämlich diese batterie ich brauche sterne wirklich sterne herr dodo eisen eisen ados love singularität hergestellt oder herzlichen glückwunsch danke danke es sind ja nur noch eins so drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn die du noch weiter brauchst redstone als nächstes ja ist schon sind schon 1,5 prozent drin ah nice danke für den stack sterne für plastiken chicken warum brauchst du plastik na für die black hole unit was ist black hole die hast du vergessen im questbuch das ist bei storage ganz rechts oben ah was du vergessen ich bin ja grad noch an einem anderen ding machen ja sorry da mach ich die halt ja ok warte lass ich mich zumindest kurz anschauen ja ich muss erstmal gucken wie ich überhaupt plastik bekomme black hole tank du hast doch sogar plastik schon mal hergestellt ganz am anfang des projekts schinkels ja wie war denn das kannst du mir das mal klären ich weiß auch nicht was du gemacht hast ein latex prozessor unit chillige sache wow warum wollte ich grad add plastik eingehen ich bin so durchdruck ich bin so durchdruck so ich hab hier mal latex äh dings hergestellt jetzt brauchen wir einen latex jetzt brauchen wir einen latex bekommt man latex als flüssigkeit soo und dann hier pink slime ingot ey du hast doch einen pink äh slime cool das musst du dann äh dings schmelzen und so ingots draus machen schön gut ich baue mir hier kurz was provisorisch okay hä ist das schön oh danke oh mein gott unsere base haben wir so schön aus ach so das das war einfach du musstest einfach bläume da vorpacken mein gott wir bekommen latex goldie hast latex ja hier kommt latex rein Alter geil ist das für sich geil ich kenne latex irgendwie mal anders ne was ist äh oh mann ich hab die äh tiny die rubber hergestellt ui dodo ich hab keine ahnung für was das jetzt gut ist aber ey danke ok heute nicht schlagen danke seite ah es sind zwei blöcke abstand auf jeden fall ich hab drei gemacht das war mein Fehler glaube ich so Flint Stein also ich helfe mir sogar beim Anschließen Ingsek Charcoal ey ich mache Laser Laser Peng wir haben es ja wie brauche ich von denen eigentlich jetzt guckst du nicht ah 36 stück natürlich ähm nein natürlich jedes mal einzeln drauf packen muss das wird ein spaß dodo und 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 ja redstone singularität du siehst immer von jedem immer nur eins herstellen oder ja ja ok reicht ja du machst jetzt eine Quatsch oder ich mache jetzt gerade eine Quatsch ok das geht f.000 wo sind eigentlich unsere ganzen Dias hin wir haben keine mehr hä warte mal jetzt kann das sein nur dass wir keinen Dias schicken haben sondern das alles immer über die Dings gemacht haben über die Eisenfarm wir haben kein Dias schicken hey ey ne und jetzt latschding und letztens torch crests glaube ich abgehakt es fehlt nur noch die wo du angegangen wolltest oder maust das ist ja eigentlich alles schief tut extraktor ja lass es da einfach stehen dass das bräuchte plastik gerade ok und nebenbei mache ich noch einmal die singularität und du sagst ich mache nichts schicken ach kein plastik singularity glaube ich du hast eine kurze realität schon fertig sehe ich gerade dem abgeholt so erarbeitet dann fertig nochmals ist die oder sie hier kann man nicht machen ich sehe du form sie extrem viel elektron durch diese richtige sieht ich habe eine vermutung mit diesen gedönster elektron sphäre oder wie ist es ja flachs singularity genau guck dir mal dass den infinity küsse an du brauchst alle singularity ist dafür den müssen wir als christ machen dafür brauchst du alle singularitäten ja und halt noch essen und sowas und jetzt guck mal ins me system und guck mal nach red ich habe einfach nichts mehr mit sie produzieren noch aber nicht genug ich habe hier mal ein bisschen wir brauchen ja werden wir davon weil wir ja die infinity ingots brauchen wir brauchen ein paar mehr und deswegen habe ich das aufgebaut und hier ist wirklich alles drin hier sind alle singularitäten die wir brauchen drin und die werden jetzt die ganze hergestellt genau das heißt dass wir nie wieder ressourcen haben doch wenn ich das ab ausstelle also ich kann es ja wieder ausstellen ich habe das eigentlich das angestellt er haben wir ja nicht schon alles singularitäten einmal mindestens jetzt verstehe ich auch warum das so früh angefangen hast und auch so bisschen nebenher weil das sollte man zu früh anfangen zu produzieren wie es geht eigentlich ja und was flugst da braucht man flugs elektrum das da braucht man das hier dafür brauchst du ne gold und dings ja das machst du dann einfach hier mit pure weiß elektrom und dann mit redstone ok ich aufgefüllt hier falls schon gesehen hast ja das was du ewig produziert hast ja sagen wir so wir können das ganze teil speichern wenn wir es hätten guck mal hier habe ich ein bisschen geupgradet weil du ja gesagt hast ja wir alles genutzt hier und so kurz unendlich kaufen dann habe ich hier noch eine zweite gemacht weil ich die ganzen kraften rezepte für blöcke gebraucht habe also 90 prozent eigentlich das hier schon gesehen hast und da hast du mich doch ich habe ein bisschen rumgespielt heute und hier guck mal hinter den kraft intel crafting fassaden 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 und dabei schicken hier hier habe ich auch eine andere türe gemacht irgendwie ist das cool da kann ich durch doch doch also wenn wir das noch mehr chickens gemacht oder ich habe alle gemacht die wir die maize bauke aus so was wie silber nickel in war kopper und so tun hä so was wie lapis das haben wir einfach gerade gar nicht mehr richtig ich habe sie sind ausgestellt also wenn du jetzt was kraften willst kannst wieder machen ich sehe dass du eine hergestellt dass sie was die nur alle welt hier ja die haben wir gestern noch fertig gekriegt also die war von gestern da hast du jetzt diese black hole und black und die v2 habe ich noch nicht gemacht 2.0 unit hast du plastik was du hast jetzt mal gemacht hast aber der cold tanks genau so ich sehe da hat er hat ein pink slime oder wie ja ich glaube schon ja da hatte ich aber keine lust